Ach, ihr seid's. Wie ich hörte, habt ihr schon fleißig mitgemacht. Habt ihr denn schon das Rätsel gelöst? Nein? Dann verrate ich es euch jetzt. Wir suchten die Udi is the middle name, den vierten Song unseres Debütalbums. Und den Gewinner, dieser schönen Tasse hier, den blenden wir ober- oder unterhalb des Videos ein. Ihr habt nicht gewonnen? Nicht schlimm, wir haben noch drei weitere Wochen, in denen ihr schöne Preise gewinnen könnt. Also, nicht verzagen, weiterraten.